Man kann es ja echt nicht bestreiten, dass Berufs-Thriller-Autoren wie Sebastian Fitzek und Arno Strobl sich perfekt darauf verstehen, Bücher zu schreiben, die einen süchtig machen, die einen fesseln. Und Sebastian Fitzek hat vollkommen recht, wenn er vorne in diesem Buch reinschreibt, bei Arno Strobl bräuchte man kein Lesezeichen. Ich brauchte zwar eins, aber halt auch nur zwei oder dreimal, so schnell habe ich dieses Buch durchgelesen. Aber dennoch gibt es auch einfach Dinge, die mich maßlos an diesen Thrillern, Psychothrillern nerven. In diesem Psychothriller-Sharing von Arno Strobl geht es um Bettina und Markus Kern, die gemeinsam ein Carsharing-Unternehmen gegründet haben, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, dass ja nicht jeder heutzutage ein eigenes Auto braucht. Aber wenn man mal eins braucht, dann kann man sich eben eins ausleihen. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, dann kann es jemand anders benutzen. Und jetzt kommt plötzlich so ein Psychopath daher, der Bettina entführt und meint, die beiden wären ja totale Heuchler und wollen ja eigentlich nur Geld verdienen mit dem Leid anderer Menschen. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, hä, was spricht denn jetzt gegen Carsharing? Also wie verursacht man dadurch Leid? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist halt das, was einen dann anteasern soll. Und dieser Psychopath, der hat halt auch noch eine ganz andere Idee vom Teilen. Der will plötzlich, ja, das teilen, was man eigentlich nicht so gern teilen will, nämlich die Frau von Markus. Also erstmal ist es natürlich wieder krass beeindruckend, wie Arno Strobel es schafft, krass intensive und brutale Szenen zu beschreiben, wo einem wirklich das Blut stehen bleibt in den Adern. Auf der anderen Seite frage ich mich so ein bisschen, warum braucht es diese Brutalität immer? Das braucht es doch eigentlich nicht. Das stumpft uns doch nur immer weiter ab. Das ist so ein Gedanke, den ich letztens mal hatte. Das hat man ja ganz oft bei Filmen auch, dass man, wenn man Filme von früher schaut, die früher vielleicht noch viel brutaler gewirkt haben, heute nicht mehr so brutal wirken, weil man so ein bisschen abgestumpft ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei diesen Thrillern, wird es auch immer mehr. Die müssen immer schockierender und immer krasser werden und immer schneller und immer mehr Plottwist und immer mehr Cliffhanger an den Kapitel enden, damit man bloß nicht gelangweilt wird. Und dadurch muss das alles immer, immer krasser und immer schneller und immer brutaler werden. Das finde ich alles irgendwie keine besonders gute Entwicklung leider. Abgesehen davon habe ich schon diese Thriller-Klischees angeteasert und das ist mir wirklich bei diesem Buch ganz krass aufgefallen. Das hatte ich bis jetzt noch nie so sehr bei Thrillern, manchmal bei Sebastian Vizek tatsächlich. Aber es ist immer das Gleiche eigentlich. Alles, was passiert, erscheint erst mal unglaublich unmöglich. Das kann auch nicht sein. Wie ist das möglich? Sowohl für den Protagonisten als auch für den Leser, die Leserin. Man fragt sich nur, wie kann das sein? Ich will wissen, wie das am Ende erklärt wird. Man liest im Grunde von Seite 1 an, nur für das Ende. Und das ist doch irgendwie nervig. Ich habe mich auch ganz oft so ein bisschen gefühlt wie so ein Bildleser, weil an jedem Kapitelende einfach ein Cliffhanger stand, der einfach original aus einer Bildschlagzeile stammen könnte. Er öffnete die Tür so und so und was er dann sah, ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Kapitelende. Das ist so, da fühlt man sich so hingehalten und so ein bisschen verarscht eben. Vor allem, weil dann ganz oft diese Plot-Twists, die dann kommen, gar nicht mal so krass sind. Des Weiteren ist es auch immer wieder das Gleiche, dass die Hauptfigur immer alleine dasteht. Fühlt sich von niemandem verstanden. Teilweise auch zu Recht, weil die Figuren wirklich irrational abweisend handeln gegen die Hauptfigur. So zum Beispiel auch die Polizei. Nicht mal die handelt objektiv, sondern mehr nach Gefühl. Sie ist zynisch, sarkastisch, was einfach unrealistisch ist, meiner Meinung nach. Und trotzdem entwickelt man immer mehr so einen Hass auf die Hauptfigur, weil sie so krass irrational immer handelt. Klar, in so Situationen kann man nicht immer rational handeln. Aber warum zum Teufel musst du vor der Polizei weglaufen, wenn du glaubst, dass du eigentlich im Recht bist und unschuldig bist? Warum zum Teufel? Das ist so dumm. Und warum musst du in diesen entscheidenden Verhörsituationen entscheidende Details zufälligerweise plötzlich vergessen zu erwähnen? Wie dumm ist das bitte? Aber wir wissen ja, es funktioniert. Es funktioniert aus dem gleichen Grund, aus dem die Bild-Zeitung funktioniert. Und es macht ja auch irgendwie Spaß. Sonst wird man es ja nicht innerhalb von zwei Tagen durchlesen. Sonst wird man sowas ja irgendwann gar nicht mehr lesen. Man kann ja auch daran Spaß haben, sich verarschen zu lassen und viel und schnell zu lesen. Ich lese ja auch sehr viel zum Beispiel Stephen King. Und da ist mir das jetzt aufgefallen, dass mir Stephen King zwar auch Spaß macht, aber den lese ich nie so schnell. Den lese ich behäbe ich. Und das merkt man ja auch in dem Schreibstil von Stephen King. Und hier ist halt genau das Gegenteil. Und das merke ich dann halt auch mal. Es ist dann halt so eine ganz nette, kurzweilige Unterhaltung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man liest dieses Buch zum Teil auch, weil man sich fragt, was denn jetzt nun gegen Carsharing sprechen soll. Ist doch eine coole Idee. Was hat das damit auf sich, dass dieser Psychopath meint, man würde sich ein Business auf dem Leid anderer Menschen aufbauen? Das will man halt irgendwie wissen. Und deswegen liest man es. Das heißt, ein entsprechender Druck liegt auch auf dem Ende. Und ja, was soll ich sagen, das Ende ist zufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so philosophisch, wie man denken könnte, wenn man diesen Klappentext liest, weil der ja schon sehr darauf baut, auf dieses Aber was, wenn jemand kommt, der eine ganz andere Idee vom Teilen hat, der keine Grenze kennt, dir keine Wahl lässt, der dich zwingt, den Menschen zu teilen, der dir am nächsten steht, auf eine Weise, die alle deine Vorstellungen übersteigt. Bist du wirklich bereit, alles zu teilen? Das klingt doch irgendwie deep. Aber so deep ist es gar nicht, finde ich. Trotzdem ist es zufriedenstellend und es ist ein kurzweiliges Buch für eine nette Unterhaltung zwischendurch. Zum Schluss möchte ich noch ansprechen, was für mich jetzt der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist, die ich von Arno Strube gelesen habe. Nämlich war das ja vor einem Jahr offline und das habe ich ja wirklich in den allerhöchsten Tönen gelobt, fand das so genial. Und nur deswegen habe ich auch jetzt eben was weiteres von Arno Strube lesen wollen. Aber dennoch fand ich das irgendwie viel enttäuschender als das hier. Und ich glaube, den Grund dafür zu kennen. Zum einen ist mir ganz klar aufgefallen, dass Offline Charaktere hat, während Sharing keine Charaktere hat. Der beste Charakter in diesem Buch ist höchstens noch der Psychopath. Alle anderen sind halt so Menschen halt. In Offline sind es jetzt auch nicht absolut krass tiefgehende Charaktere. Oder das erwarte ich auch gar nicht. Aber da ist es doch so, dass jeder so ein bisschen seine Verhaltensweisen hat. Jeder hat so seine Tics und dann entstehen Gags und irgendwelche Running Gags, irgendwelche Insider zwischen den Figuren. Das weiß ich noch bei diesem Buch. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum mir Offline besser gefallen hat. Abgesehen davon glaube ich, dass sehr viel an der grundlegenden Situation der Geschichte liegt. Bei Sharing, da ist dieses Ding, dass die Figur verdächtigt wird für etwas, wo sie sich selber unschuldig fühlt. Und deswegen ist da gleich schon so ein Verfolgungswahn, so ein Ding, was schon danach schreit, dass diese ganzen Klischees irgendwie eingeführt werden müssen. Bei Offline war es irgendwie anders. Da war das nicht dieser Verfolgungswahn. Die waren alle eingesperrt und es war nicht so, auf Teufel komme raus, ständig müssen Plot-Twists her. Dadurch, dass Offline nicht so krass konstruiert werden musste, mussten sich auch die Figuren nicht ständig irrational verhalten. Und ich glaube, dass das mir deswegen deutlich besser gefallen hat. Ich glaube, mir hat tatsächlich auch so ein bisschen die Prämisse einfach bei Offline besser gefallen. So dieses, wir sind jetzt auf einer Hütte eingeschneit und wollten ja eigentlich einen Digital Detox machen. Und jetzt wird der uns sozusagen zum Verhängnis. Und das ist so ein bisschen auch dieses Among Us-Feeling, was ich zu der Zeit, wo ich das gelesen habe, ganz stark hatte, weil man da so im Lockdown war und dann hat man halt ständig mit Freunden Among Us gespielt. Was auch so vom Prinzip in der Sinn ist wie Werwolf. Ich weiß nicht, ob das manche von euch kennen, dieses Ding, dass es einen Mörder gibt und man muss halt rausfinden, wer ist der Mörder. Das ist sowohl bei Werwolf als auch bei Among Us als auch bei Offline. Und das war natürlich da für mich gerade sehr aktuell. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum mir das so besonders gut gefallen hat. Was mich jetzt am Schluss noch interessieren würde, ist, was haltet ihr von Offline und Sharing? Fandet ihr die auf dem gleichen Niveau? Habt ihr die überhaupt beide gelesen? Was haltet ihr grundsätzlich von Thrillern? Also es gibt da ja wirklich extrem unterschiedliche Fraktionen. Die einen finden es richtig geil, so Thriller. Die anderen hassen das abgrundtief, weil es von vorn bis hinten nur konstruiert und schrecklich ist. So ist es jetzt bei mir auch nicht. Ich lese die ja trotzdem irgendwo gerne. Aber mich würde jetzt mal eben eure Meinung interessieren. Hier findet ihr jetzt noch mein Video, wo ich über Offline auch gesprochen habe. Und hier eine weitere Playlist mit Buchvorstellungen. Viel Spaß damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.